Hi, ich heiße Cedric und zu meinen Hobbys gehört die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr. Bei meiner Arbeit gefällt mir besonders gut das Zusammenspiel zwischen Verantwortung und Teamgeist. Meine Stärken, Teamfähigkeit und Fingerfertigkeit kann ich also nicht nur in meiner Freizeit nutzen, sondern helfen mir auch sehr bei meiner Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik. Mein Arbeitstag beginnt in der Werkstatt. Dort erwarten mich jeden Tag aufs Neue jede Menge Herausforderungen und Aufgaben. Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben. Beim Reparieren von Maschinen und Anlagen unterstützen wir uns alle immer gegenseitig. Sobald ein Mitarbeiter an seiner Maschine eine Störung hat, bin ich immer anrufbereit. Wir Elektroniker sind für die Instandhaltung der Maschinen in der Produktion zuständig und schauen, dass die jeweiligen Einzelkomponenten ein automatisch arbeitendes Gesamtsystem bilden. Sollte es auch mal ein größeres Problem geben, wirft uns das nicht aus der Bahn und wir versuchen zusammen eine Lösung zu finden. Zusätzlich zu unseren täglichen Aufgaben beschäftigen wir uns alleine oder im Team mit unterschiedlichsten Azubi-Projekten. Und wenn ihr euch fragt, wer ich bin? Ich bin Tina Götz und mache eine Ausbildung zur Mechatronikerin bei Stuhl. Da sich unsere Aufgaben meistens überschneiden, arbeiten wir im Team. So halte ich meine Jungs immer auf Trab. Wenn nur du dich für Elektrotechnik und Mechatroniker interessierst, dann bewirb dich jetzt bei uns und werde auch ein Teil der Stuhl-Familie.